Servus Leute, heute möchte ich euch erzählen, warum die Quest Trautesheim doch sehr wichtig ist. Und zwar müsst ihr hierfür in Vanworth zu Mildrits Haus gehen. Bei mir ist die Quest leider schon fertig und ich habe danach erst die Kartenaufnahme gemacht. Deswegen lasst euch nicht von dem Namen auf der Karte verwirren, das ist Mildrits Haus. Sie wird euch erstmal erzählen, dass sie eine Woche auf Reise geht und ihr so lange das Haus nutzen könnt. In dieser Woche könnt ihr schon mal kostenlos nächtigen und euer Leben regenerieren. Hierdurch spart ihr immer im Wirtshaus diese anderthalb tausend Gold und könnt euch immer bis zum nächsten Tag ausruhen. Wenn eine Woche vergangen ist, wird die Quest einen zweiten Schritt bekommen. Hierzu müsst ihr wieder Mildrits aufsuchen, wo sie euch anbieten wird, das Haus für 20.000 Gold zu kaufen. Das mag erstmal ziemlich viel klingen, ist es glaube ich auch. Allerdings könnt ihr damit immer kostenlos in Vanworth euer Leben regenerieren und Tage überspringen. Des Weiteren gibt es für das Abschließen der Quest einen Erfolg. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da für News und mehr Content rund um Dragon's Dogma 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay.